Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde im Bekloppenprojekt mit WTF und Lenny, die beiden kleinen Spastis. Das war irgendwie spontan. Ja, das ist schlimm, ne, bei mir? Ja, damit du es auch nicht merkst. Wir haben eigentlich wieder den Server zum Laufen bekommen und die kleinen Suchtis hier, die wollten unbedingt suchten. Ich hab mich grad voll Licht erschrocken, tut mir leid. Und wir kümmern uns mal eben kurz um WTFs kleinen eigenen Altar hier. Ja, meine Musik läuft nicht. Fick. Ne, jetzt. Und danach wollten wir fixen und das ME aufbauen. Ganz fiek. Ganz fiek. Oh, ich muss mal Gläta machen. Pass auf, jetzt haben wir nicht alles einfach klar. Äh, meine Musik. Mein Stohnhammer ist kaputt. Ach den. Mach dir doch. Stell dir, stell dir einen hin oder so eine Bank. Weil wir hatten, äh, WTF hat immer zwischendurch ne Curvy aufgestellt, der kleine Suchtis. Und, und dann haben wir hier einen Autospawner aufgestellt mit Enderminds, die uns, äh, doch nen reichen Ersatz gespendet haben hier an Enderperlen. Wir wissen nur nicht, wo die herkamen. Äh, wie nimmt man nochmal Sachen aus nem Barrel raus? Äh, linksklick. Das geht aber nicht. Ernsthaft nicht? Hast du Werkzeug in der Hand oder so? Nee, hab nichts in der Hand. Würdest du mich verkackarschen? Ja. Warte mal. Klar, mit linksklick. Ich kann auch keine Kisten aufmachen. Doch. Nee, kann ich nicht. Nicht? Hm, gar nicht so. Das connecte immer neu. Hier, das geht bei mir. Mir nicht. Left the game. Login in. Flatsch. Flatsch. Flatsch magic. Nee, geht bei mir nicht. Ja, läuft. Ähm, Moment. Game Mode. Äh, warte, das hier ist, glaub ich, der Spawn, oder? Nee. Spawn Protection, so. Ja. Ist ernsthaft? Ja. Äh, kann ich die wohl, danke? Kann ich die irgendwie ändern? Ja, Server-Config. Über MC by Adman oder hier drüber? Äh, Adman. MC by Adman. Ja, oder du müsstest halt eben OP geben. Nee. Äh. Cut. Ach, scheiß auf Cut! Heißt nicht Cent oder sowas? Ja, wahrscheinlich nicht. Wer muss schon schneiden, ey? Hä? Ihr schneidet sie ein Part, sind 10 Minuten Part, ja? Ich bin mal offen, dass niemand das Passwort etc. sieht. Ich hab gesagt, speichern. Warte mal, hier schiebe ich das hier vor. Schiebe ich das hier vor. Jetzt muss die da was vormachen. Scheiße, ich weiß das Passwort nicht. Toll. Mach doch einfach eben die Szene aus. In den Kirchen. Nein. Das juckt mich nicht. Wer bin ich schon, wenn ich das nicht machen würde. Flash? Ach. Ja, siehst du. Oh man, ich hab, ich bin so blöd. Das und jetzt wieder großschreiben. Hab ich jetzt? Verdammt. Ich hab hier auch Compressed Cover Store in der Kiste gefunden, die nicht im Sponge Protection steht. So. Log ihn in. So, wo muss ich das jetzt einstellen, WTF? Äh. Server Properties. Server Properties müsste die Datei heißen. Hm. Ach, weißt du was? Ganz ehrlich, na hier. Ich schrei, ich stupse dich eben an. Du weißt davon nix. Ich hab da keinen Bock zu. Du hast gar keine Ahnung, ob wie man da hinkommt. Doch, ich geb dir doch jetzt alles. Ah, okay. Ganz unten ist die Seite. Sag mal, müsst ihr bekannt vorkommen. Ja, ja. Das kenn ich schon. Ich hab ja auch FTP zugefahren. Dann mach du, ich habe keinen Bock. So einfach geht das. Das ist Arbeitsverteilung. Nein, nicht ins Loch fallen. So, jetzt kümmern wir uns beim schnellen WTF sein. Kleinen Spawner hier. Orangener Chinese 88. Das ist ein tolles Passwort, ne? Äh. Ja. Ich hab keine Axt. Achso, wir müssen... Sollen wir die Backpacks wieder erhöhen? Ja, die sind doch erhöht. Keine Ahnung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, komisch. Das hat er noch gemacht. Ah, nee, der hat die Kopie. Okay. Bio Manager. Ich verstehe manchmal Centus nicht. Ah ja, wie war das? Ich will, dass der Server wieder läuft. Halbe Stunde später. Mach mal bitte eben. Danke. Ja, was denn? Ich hab da einfach... Geht auch über MC My Admin. Wie geht das? Weiß ich nicht. Oder muss ich dir dafür OP geben? Ich glaube, das geht auch in MC My Admin. Zumindest sieht es so aus, als ob es geht. Ja, schau du mal. Du hast Zeit. Du hast Zeit. Und auch Geld. Denn du bist Bank. Ah. Da. Nein, er... Nein, nicht rauschen. Was für Rauschen? Keine Ahnung. Ich weiß, dass du das weißt. Neh, mir rein. Doch. Haaah. Okay. Properties. Was gefunden? Ernsthaft? Ich kann die hier nicht bearbeiten. Ach, seid ihr lustig, ey. Ha, dann geh ich über FTP rein. Oh, was? Ja, wenn es klappt. Ja, dann sei ein braver Junge und mach das. Ähm, wenn ich jetzt noch Fallzilla finden würde, auf welchen von meinen 800 Monitoren das ist. Oh, frag mich nicht auf Heizzilla, ich musste das für Centis runterladen. Ernsthaft? Ja, weil ich mit dem Hochland schneller war. Also ich hab damals, als wir als Getestet haben, wegen Umfunktionen, da hab ich die Datei bei mir drauf gemacht, die wieder in den Ordner reingeschoben, dann wieder zurück auf mir, dann hab ich noch ne Sicherheitskopie gemacht, dann alles neu und aufgepackt und runtergeladen. Das hat bei mir ne halbe Stunde gedauert. Das hört sich ja extrem. Ton an. Bezentus hat mir gesagt, wie ich das machen soll. Das bleibt voll auf das. Ah, das. Minecraft. Das will ich nicht. Die größer ziehen. Bearbeiten. Bong. Wie hast du denn nachher einen Eingang hier? Mit Elevator? Ja, würd ich sagen, ne. So, Spawn Protection 1. Datei speichern, ey. Musst du jetzt, ne, Server Wars ja nicht neu starten, oder? Gut, weiß ich nicht. Dann lassen wir das erst. Ah, da kommst du ja nicht an die Kisten ran. Ich hab' ich denn bitte an die Kisten ran. Ich hab' erst mal sieben Minuten gezockt und du wirst schon neu starten. Uuuuuh. Was heißt denn hier neu starten? Ja, wegen damit das übernimmt, die Einstellung. Der braucht dafür schon einen Neustart. So, äh, bitte, alle mal gerade, warte, Konsole, ähm, ich muss es wissen. Alle mal gerade stehen bleiben und nix machen. Lenny? Konsole, warte, warte mal kurz. Okay, warte jetzt. Ja, mach. Geht das? Na, warte. So geht's. Keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall jetzt regnet, das. Ernsthaft, Slash Reload geht nicht? Fickt euch. Ah, da muss ich, müsste ich restarten. Hm, dann gibt mir noch sieben Minuten. Obwohl, wir machen das gleich. Startet den Server. Wie lange braucht der denn wieder? Zwei Minuten? Ja, klar. Ja, dann startet die neu. Wir können ja labern. Ist doch egal. Scheiß doch drauf. Wir haben ja, wir können ja in Ruhe labern, oder? Wir können doch nix sagen. Warum auch? Ich bin mal weiter, Gary. Ich bin seit offen, um mal nach oben zu fahren. Warte, wir müssen zu. Oder? Alle anderen auf Google Maps? Ja, Google Maps. Ja. Nein, wir suchen jetzt nicht nach dem Niggerhaus. Ach, Mann. Weißt du, die sagen immer so rassistisch und ich muss das wieder auspiepsen. Hä, was musst du denn rauspiepen? Nigger? Ja. Oder Hitler. Oder Niggerhaus. Ja. Niggerhaus. Ach, Mensch, Kinders. Nachher durchsucht die Polizei auch mal einen Rechner. Und dann? Warum sollst du sie sich denn durchsuchen, bitte? Weiß ich nicht. Weil ich vielleicht mit dem Zug irgendwo reinfallen möchte und vielleicht einen Hebel betätigen möchte, wo flüssig, beziehungsweise gasförmige Substanz rauskommt. Ich glaube, ich muss wieder was ausschwitzen. Weißt du denn, es ist nur sehr warm drin, ne? Ja, kenne ich das Problem. Äh, mein Opa war locker gefühlt, aber ich schwitze. Pingink. Nein. Aber warum haben wir früher eigentlich nicht streikt? Also, theoretisch, praktisch. Praktisch müssen wir jetzt noch zwei Minuten und euch voll labern, damit es weiter funktioniert. Man streikt man ja damals unvorstellbar, als wären ja direkt die NS-Leute gekommen. Gekam. Gekam. Oh, er ist gekam. Ja, geil, gekam. 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 Enttäuscht mich nicht hier, dass er nicht, dass der Server nicht angeht. Server ist restarting seit drei Wochen. Was auf, nachher geht der Server wieder nicht. An update is available. Minecraft Server 1.8.4 is no available to install. Oh, du kleiner Mann. Was? Oh, it looks like the server has been restarted. Oh, der Server ist wieder. Yeah, it's back again. Oh, it's back again. Ah ja, egal. Jetzt war er wieder zehn Milliarden Jahre, bis er wieder keine Rückmeldung hatte. Yes, I can kiss her. I can kiss her? Yes, sir. Okay, I can box you. Yes, sir. I can kiss her. Yes, sir. Okay. Okay. Vielen Dank.